Oh, jetzt kannst du deinen Mund langsam wieder aufmachen, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Bei den anderen kannst du dir was einfallen lassen, aber Dr. Wagner ist tabu, klar? Was soll das heißen? Er ist unser Klassenlehrer und der Beste von allen. Erstens versteht er uns, zweitens hält er immer zu uns und drittens sind alle Lehrer gegen ihn. Also, steigst du ein in den Club? Okay. Viel Musik ist da nicht drin. Na, wir werden dich schon hintrimmen. Ha, was heißt, hintrimmen? Hör mal zu, wir sind die gefürchtetste Oberprima seit Jahrzehnten. Das können wir uns aber nur leisten, wenn die uns bei den Prüfungen nicht reinlegen können, verstehst du? Das Abi garantiere ich dir. Du wirst auf jeden Fall Nachhilfeunterricht von uns kriegen. Und dann wirst du eisern büffeln, verstanden? Das ist doch alles Quatsch, das Abi mache ich mit der linken Hand. Ich war mal Klassenbeste. Wo denn? In der Hilfsschule?